Diese Woche gebe ich dir einen Quick-Tipp über ein kleines Update in Logics neuester Version 10.7.8, das für große Verwirrung sorgt. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ganz kurz bevor wir loslegen, falls du neu bei Logic mit dazugekommen bist, falls du von einer anderen DRW vielleicht umgestiegen bist auf Logic und dich noch nicht so richtig zurecht findest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du Logic für dich individualisieren kannst und wie du wesentlich schneller in Logic arbeiten kannst, wie du deinen Workflow wesentlich beschleunigen kannst. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen und jetzt geht's los. Also, Logic 10.7.8, ich lade mir immer die neueste Logic Version gleich runter, weil das für mich einfach am besten funktioniert und weil es so am problemlosesten läuft. Logic 10.7.8 ist die neueste Version und ich habe jetzt gesehen, als ich gestern an der Produktion gearbeitet habe, war ich etwas verwirrt und zwar, als ich den Piano Roll Editor geöffnet habe und mit dem Swing hier arbeiten wollte. Der Swing Regler ist so, dass du praktisch einen geraden, einen binären Groove in einen tenären Groove verwandeln kannst, also dass er sozusagen shuffelt. Also, der Swing Regler steht nämlich jetzt auf einmal in der Mitte. Normalerweise steht der Swing Regler hier bei 0, das bedeutet 0% Swing oder 0 Swing Anteil und wenn du dann den Groove swingen lassen möchtest, dann stellst du ihn auf 100 und hast dann den härtesten Swing oder den härtesten Shuffle, den du bekommen kannst. Jetzt stand er aber hier auf 50 und irgendwas hat nicht mehr richtig funktioniert und ich war etwas verwirrt und habe dann mal rumgeschaut, auch auf YouTube bei amerikanischen Kollegen, weil die haben meistens, die Updates werden ein bisschen früher ausgerollt bei denen und tatsächlich habe ich ein paar Videos dazu gefunden, die hatten das also schon, dieses Problem erkannt und deswegen möchte ich es dir jetzt auch kurz erklären, weil ich habe nämlich auch schon ein paar E-Mails dazu tatsächlich schon bekommen. Also, das ist hier der Swing Regler und bevor ich jetzt lang hier theoretisch rumquatsche, hören wir das Beispiel rein und dann zeige ich dir genau, um was es geht. Also, wir hören uns mal diese Drumspur hier an, das habe ich mit Addictive Drums programmiert. Du siehst, wir haben hier ein paar kleine Timing-Probleme, das passt nicht so hundertprozentig, ein bisschen wackelig und ich möchte jetzt quantisieren und ich quantisiere jetzt zunächst mal alles gerade und zwar auf Sechzehntel, weil die Hi-Hat Sechzehntel spielt, das kannst du auch ganz gut immer als kleiner Side-Tipp hier noch über die Notation überprüfen, wie sollst du eigentlich quantisieren, hier in der Notation siehst du, okay, schnellste Note ist eine Sechzehntel, also das nur nebenbei. Okay, ich markiere hier also alle Noten über Command-A und gehe jetzt hier auf Sechzehntel. Du siehst, er hat auf Sechzehntel quantisiert, der Swing hier steht aber auf 50%, sag ich mal, also eigentlich müsste es jetzt swingen. Was hat er jetzt aber gemacht? Also wir hören keinen Swing, obwohl Swing auf 50% eingestellt ist. Warum ist das so? Ja, dieser Swing-Schalter ist in Logic 10.7.8 zu einem Swing-Offset-Schalter umfunktioniert worden. Und das bedeutet, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, ich bin nachher mal gespannt auf eure Kommentare. Das bedeutet, 50%, ich weiß nicht, ob Prozent hier richtig ist, man kann schon Prozent sagen, 50% Swing bedeutet Null. Du hast also keinen Swing, es ist eine gerade Quantisierung auf Sechzehntel in diesem Fall. Und jetzt ist, wenn ich jetzt nach rechts oder nach links fahre und du beobachtest die Midi-Events, siehst du, dass sie sich verschieben. Und zwar, wenn ich nach rechts hochfahre, haben wir ein Offset oder eine Verschiebung jeder zweiten Note nach rechts. Siehst du das? Das ist also kein richtiger Swing, sondern es wird einfach nur die rechte Note, wenn ich nach rechts fahre, nach rechts verschoben und näher an die nächste Note, die darauf folgt, verschoben. Das heißt, so ein Offset, eine Verschiebung und kein richtiger Swing mehr. Und wenn ich jetzt auf die andere Seite fahre und wir beobachten wieder die Midi-Events, dann passiert genau das andere. Das heißt also, die rechten Noten werden nach links verschoben oder auf die Note, an die Note links, die naheliegendste linke Note näher herangeschoben. So rum, okay? Das bedeutet also in diesem Fall, 50%, wie gesagt, kein Swing. Und wenn du jetzt den alten 100%-Swing von früher haben möchtest, dann musst du auf 66 gehen. Auf 66%. Ich erkläre dir gleich, warum. Also wir haben hier nochmal Radikantisierung jetzt. Gerade Sechzehntel. Jetzt gehe ich auf 66%. Und jetzt haben wir den 100%-Swing der alten Version. Was jetzt der Vorteil ist hier, ist, du kannst jetzt das Offset oder die Verschiebung noch weiter nach rechts rücken und kriegst somit noch einen ungenaueren Swing. Und hier zum Beispiel auf 75 gehe. Ein wahnsinniger, laid-back, schlurfender Swing. Also richtig, richtig laid-back, richtig schwer. Und wenn du natürlich jetzt weiter übertreibst, ist es irgendwann kein Swing mehr, sondern ergibt dann irgendwann auch keinen Sinn mehr, wenn ich jetzt hier noch weiter hochgehe. Okay, wir können das auch in die andere Richtung machen. Und das ist interessant. Also 66 haben wir uns schon gemerkt, sind diese 100%. Und jetzt gehe ich mal hier auf 33 runter. Und dann hast du ein Offset, das ist jetzt das Spannende daran, da kannst du einen ganz neuen Groove im Prinzip entwickeln und neue kreative Ideen entwickeln. Wenn du das mal nimmst, ich fahre jetzt mal den Swing anstatt nach oben. Nach unten, das heißt die rechten Noten rücke ich näher an die daneben liegende oder nächstliegende linke heran. Ganz cool eigentlich, oder? Also das war vorher mit diesem Swing-Schalter, mit diesem Swing-Regler nicht möglich. Also ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, finde ich das jetzt gut oder schlecht, aber das finde ich jetzt eigentlich ganz heiß hier, weil du kannst jetzt hier, naja, wenn dir der Groove nicht so gut gefällt oder du hast so ein bisschen Writer's Block, irgendwie ist das dir zu langweilig oder so, kannst du jetzt hier, und du befindest dich in diesem Swing-Schema, kannst jetzt hier so ein bisschen rumprobieren, ein bisschen neue Sachen ausprobieren, was ich ganz cool finde eigentlich. Natürlich. Also, das ist die Frage, ist es gut oder ist es schlecht? Jetzt noch zur Frage, woher kommt das eigentlich? Warum haben die Logic-Entwickler entschieden, das zu machen? Und diese Entscheidung liegt in einer relativ alten Funktion, die du hier im Inspektor findest, und zwar unter Q-Swing. Q-Swing gibt es schon ewig, schon, ich glaube, bei Logic, seit Logic 10.9. Und du siehst hier Q-Swing, mit diesem kannst du hier eine regionsbasierte Quantisierung machen. Also, du musst hier nicht in den Piano Rolledit rein, um zu quantisieren, sondern du kannst das hier direkt machen. Damit Q-Swing aktiv wird, musst du erstmal hier einen Wert einstellen. Also, ich gehe jetzt hier auf Sechzehntel, ich möchte eine Sechzehntel-Note, und jetzt erscheint hier, oder wird Q-Swing hier aktiv. Okay, und jetzt zunächst mal passiert hier oben noch nichts, und wir haben jetzt wieder eine ganz normale Sechzehntel-Note. Er hat es mir jetzt auf Sechzehntel qualisiert, du hörst, es ist gerade. Alles sehr sauber im Grid. Und jetzt kannst du hier über Q-Swing, wenn du reinklickst und festhältst, kannst du das Gleiche machen, und das war schon immer so bei Q-Swing, wie jetzt mit dem Swing-Slider hier unten seit Neuestem. Und zwar ist 15%, wie ich gesagt habe, wenn ich bei 50% Entschuldigung bin, dann geht er aus, das heißt, der Swing ist kein Swing, das ist eine gerade quantisierung, jede Sechzehntel, jede Note liegt genau auf dem Grid. Und jetzt kann ich den Swing hier regionsbasiert einstellen. Also nicht nur im Piano Rolledit, sondern ich markiere diese Region, und alles, was in dieser Region ist, wird über Q-Swing quantisiert, und ich kann den Swing gerade hier feststellen, indem ich jetzt hochziehe. starker Swing, übermäßig starker Swing, oder eben hier wieder die andere Richtung. Okay, also Sinn und Zweck dieses Swing-Sliders war im Prinzip nur, diesen Swing-Sliders hat wahrscheinlich einige Leute verwirrt, wahrscheinlich haben sie Beschwerden bekommen, deswegen hat einige Leute verwirrt, dass dieser Swing-Schalter hier unten im Piano Rolledit jetzt genauso funktioniert, wie der Q-Swing-Schalter hier oben, so damit alles einheitlich ist. So, liebe Freunde, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Schreib mir deine Meinung bitte unten in die Kommentare. Verwirrt dich das total? Wirst du nie mehr upgraden wegen Swing-Slider? Oder findest du die Möglichkeit der kreativen Ideengebung hier interessant? Ich weiß nicht so hundertprozentig, was ich davon halten sollte. Ich finde es verwirrend, dass 50% jetzt auf einmal Null ist, aber ich denke, man kann sich dran gewöhnen. Also, gib mir Bescheid unten in den Kommentaren, würde mich sehr freuen. Ich hoffe, dir hat dieses kurze Update hier gefallen und dir bleibt die Verwirrung erspart, mit der ich mich heute Morgen hier rumgeschlagen habe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus dem sonnigen Alicante und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Tutorial. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.